Stellen Sie sich vor, es ist Montagmorgen, Sie schalten Ihren Computer ein, checken Ihre E-Mails und plötzlich wird der Bildschirm schwarz. Nicht nur bei Ihnen, sondern bei allen Kolleginnen und Kollegen in Ihrem Unternehmen. Der ganze Betrieb steht still. Was ist passiert? Um sich eine Ransomware einzufangen, braucht es oft nur einen Klick auf einen E-Mail-Anhang oder einen Download aus dem Internet und schon hat man sich die Schadsoftware auf das System geladen. Dort kann sie riesige Schaden anrichten, ja sogar existenzbedrohlich werden für ein Unternehmen. Um so etwas zu verhindern, ist es wichtig, dass jeder Mitarbeitende weiss, wie eine Schadsoftware auf das Firmensystem kommen kann, wie Phishing-Mails aussehen und auf was man achten muss, wenn man sich im Internet bewegt. Die einfachste Methode, sich gegen Cyberangriff zu wehren, ist zu wissen, was einem im Netz erwarten kann. Darum ist es besonders wichtig für ein Unternehmen, dass alle Mitarbeitenden regelmässig geschult werden. So, damit nicht nur die Feierwahl auf dem aktuellen Stand ist. Wir bei Funk stellen sicher, dass Ihre Mitarbeitenden die nötige Cyber-Fitness erreichen und auch behalten. So ist Ihr Unternehmen deutlich besser für das digitale Zeitalter gewappnet. Wenn Sie wissen wollen, wie einfach sich so ein Training auch in Zeiten von Homeoffice organisieren lässt, dann freue ich mich, Sie kennenzulernen. Mein Name ist Stefan Brändli und ich bin Risikoanalyst im Fund Chris Club in Zürich.